ARD Text im Auftrag von SWISS TXT 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 Genau. Die Aufgabe ist ganz einfach. Was sagt A? Was sagt B? A sagt, vielleicht finde ich es noch etwas streng und B sagt, ja, ist schon gut, aber etwas schwer. Wie auch immer. Ihr könnt A und B schreiben. Schreibt es in die Kommentare oder eigentlich noch fast lieber hierher. Wir bekommen nämlich sehr gerne richtige Post.